Ich habe gerade das Wort penetrieren in einen normalen Satz gekriegt. Das ist schwer. Und jetzt Pick und Bann. It's shit. It's shit. Ich drücke schon mal F11. Oh, das ist aber laut. Das ist aber laut. Jetzt könnt ihr aber was erleben. Geht los. Guck mal. Nee, warte, das bin ich. Das bringt ja niemandem was. In Game 2. Ja! So, gut. Hört man mich? Ich drücke nur... So, guck mal. Wir haben jetzt hier gebannt. Leute, ich kann das ja richtig gut. Ich kann das auch ohne Johnny. Wir haben Viktor gebannt, weil... Wir sind sogar auf der anderen Seite. Habt ihr NNO schon mal hier gesehen? F11. Wait, das hat nur die Seite gewonnen. Red Set OP. 100% Winrate. Ist ja jetzt schon... Ah, Yumi Bann. Na gut. Hat nicht ganz geklappt. Wir können also wieder das... Wobei, nee, ist das auch gut. Weißt du, du kannst ja... Das ist wie so ein Gift. Wie so ein Gift mit einem Buff. Ne? Du wirst gestärkt, aber dann bist du tot. Ne? Deswegen, Yumi raus. Ey. Yumi raus. Ich kann auch beide Mics nehmen. Look at that. Gucken. Oh. Da ist eine Flasche umgefallen. Aber war leer. Oh, hi Johnny. So. Ich hab schon mal die Pick-und-Bann-Phase klar gemacht. Hast du das... Ach, du hast das nicht kalt gestellt. Das ist ja nicht... Ah, du hast das da gesucht? Ja. Ja, das hab ich nicht kalt gestellt. No, Wukong! Darf man das? Ist das erlaubt? Wie schlimm kann Kalista sein? Was ist der Plan? Johnny. Schock. Johnny kommt grad von der Toilette. Hat sich da die Snackballs reingepfiffen. Ich hab so eine ganze Packung einfach reingepfiffen. Und die Frage ist natürlich... Was mit Wukong? Was soll das? Ich mein, wir trainen halt Wukong für Na, ne? Der ja schon so der dominante Pick der Season ist irgendwie. Da. Aber jetzt kommt Sichuani. Warte. Ja. Sichuani, Seraphine. Clip it. Look at me and my brain. Brains. Ich muss immer... Plants vs. Zombie-Ding. Brains. Na, ist gut. Oh. So. Oh, aber die war immer ihr Band. Ist doch alles rot. Rot wie The Red Side. Ja. Auch gut. Also orange. Aber orange ist ja basically der kleine Bruder von Rot. Ja. Na, deswegen geht das. Ich bin auch gleich wieder gedanklich bei dir. Ja. So. Maxim. Ich finde, du hast das fantastisch gemacht. Danke. Gibt ganz viele Clips. Ganz... Aber behalte ich meinen Account. Alle auf deinem... Was? Puh, weiß ich jetzt nicht. Weißt du nicht? Na gut. Okay, also. Du siehst den ersten Teil. Der ist schon heute nicht so gut. Alter, what the fuck? Offizieller Sidecast-Gangweg. Die Augen. Ich bin echt einfach klug. Oh, da ist noch einer. Oh Gott. So. Eintracht hat eine Chance. Ja, schwierig. Gut. Also. Das Leben ist schwer. Okay, okay. Tief durchatmen. Wir haben jetzt also quasi den besten Champion für Tolkien in der Series. Den besten Champion für Agro in der Series. Und einen der besten für Poggy. Das Problem ist, die Gegner haben schon wieder jetzt brachialst ein Team. Was ist ein Wukong eigentlich? Was ist mit ihm? Er ist schon sehr broken. Warum? Na ja, er ist quasi ein Champion, der mit dem weh mittlerweile über Wände gehen kann. Das würde dich sehr verstören. Oh, ich erinnere mich. Oh, haben wir hier einen Eimer? Ich erinnere mich. Das war auch ein Angesrad-Cards tatsächlich. Oh, das ist schlimm. Oh, das kam gerade richtig hoch. Werde ich blass, ja, ne? Das ist einfach schlimm. Oh, Scheiße. Also wenn Renata offen ist, ist Renata hier wieder Bestpick für Neno. Wird sich aber weird anfühlen, weil Karne gerade halt ein kleines Offgame hatte. Aber da ist der Bann. Ich denke, Actually, das wird ein ganz wilder Winkel. Ich würde hier Support-Blast-Pickern, Actually. Aber da muss die Mitte. Ich bin auch schon 6.000 Supporter raus. Victor ist gebannt. Azir hat mich nicht abgeholt. Boah, das wäre sehr rad, das hier insane hart zu spielen. Das ist ein Sixwinkeler, aber den spielt niemand mehr, der Hände hat. Jetzt spielt es einfach Azir. Wieso spielt den keiner mehr? Er ist terrible. Also wenn du gut bist, spickst du einfach einen anderen Schaden. Brolki! Brolki-Interview. Was machen wir da? Also du hast gesagt, brutaler Teamfight. Aber du hast über Weakside und Lane Prio gelegen. Das ist doch Lane Prio. Lucian Pami. Was ist da los? Boah, fuck. Ähm, fuck. Ja, Jennas schreiben die Leute. Jenna, was ist Jenna? Ja, ich dachte, Jenna, gegen die ersten drei Pixels aus ist Jenna. Da ging das Licht an. Und irgendwas ging raus. Ja, die Connections vom Lichtding. Aber ich bin ja auch Lichttechniker hier. Alter, ich habe noch nie erlebt. Flashbang! Ich kann es tatsächlich nicht plötzlich machen. Aber geht scheiße. Okay. Boah. Okay, also ich verstehe die Jenna hier. Das Problem ist, die Lane ist fucking unplayable. Ja, ist. Wie macht man das? Also bisher waren ja alle Lanes fucking unplayable. Nee, also die Botlane ist quasi ... Also bis jetzt, die Botlanes waren halt losing, weil Pogge halt überall fürs Team gepickt hat. Aber das ist jetzt devastating. Das ist devastating. Also du hast ja quasi ... Du musst halt darauf hoffen, dass eine Jenna mit einem Q-Spade einen Lucian trifft, der einen Dash besitzt. Und wenn nicht, stirbst du. Das ist halt schon extrem unangenehm. Das ist halt Shyvana. Also wenn Agri nochmal so gut ins Game kommt wie Emit Kane, dann übernimmt er das Game. Aber boah, Junge, Junge. Also Botlane steht und fällt jetzt alles. Alter, du bist off-Action, ja. Boah. Das reicht nicht. Also ich muss sagen, das ist ... Also die Lucian-Nami-Schelle ist was. Aber man muss auch sagen, dass dafür, dass die Enemy-Botlane jedes Kack-Game klar Winning hatte vom Match-Up her, ist da nicht viel passiert. Doch, nee, letztes war der Anfang gut. Ja, ich meine, Match-Up-mäßig klar Winning. Also. Aber jedes Mal konnte er in den O trotzdem halbwegs gegenhalten. Also Kane ist jede Landing-Face einmal gestorben. Aber die ... Nee, einmal ist Brücke gestorben. Aber es ist okay. Und Jenner ist halt schon sehr, sehr gut später gegen so was wie Wukong, wie Cicruani. Das Problem ist nur, Kane darf halt nicht selbst getroffen werden. Und das ist schon schwer. Es gibt diesen Oldschool-Bild, den man quasi, boah, 2018 bei der Worlds gespielt hat. QSS, Rush Jenner. Rari Jenner. Nur in der ... Trucker Jenner. Trucker Jenner. Do you remember this video? Das ist der beste. Ja, also es ist krass. Also da muss man wirklich schauen, wie das tatsächlich klargehen wird. Ich hoffe einfach, dass Kane hier jetzt die Cues raushaut wie sonst was. Und ich meine ganz ehrlich, also Agurin, Shyvana zu geben, ist schon ein bisschen BM. So, weil der Junge ist halt ... Wie spielen die denn? Gut. Ja, aber ist das so ein AP-Ding? Das kannst du ja ein bisschen anpassen, denn im Endeffekt sind die ja alle ein bisschen Richtung AP. Wirklich? Selbst die AD-Spieler spielen ein Ashes-Tuch so. Das ist schon ... Also so ein Feuerball, ja. Trichard, was spielt denn Agurin aktuell? Der geht Blade, ne? Blade? Blade of Rune King? Ja. Ist das Mythic? Ja. Wirklich? Was? Nein, ist kein Bluff. Was spielt denn der Mythic? Du spielst ... Also, basically gibt's zwei Varianten. Du spielst quasi die Heavy-AP-Variante, und es gibt diese Variante, da spielst du quasi Blades, und dann spielst du Tank, dann kriegst du Gunblade oder sowas. Gunblade? Gunblade hier, Icebone, Gauntlet. Ah, okay. Also so ein bisschen Crazy-Shit. Oh mein Gott. Maxim geht durch seine Meme-Liste quasi. Ja, ich dachte, einige kann ich nicht nutzen, tatsächlich. Frostfire Demonic. Auch krass, ja. Borg into Tank. Ja, Blade into Tank. Wer war's? Ja, Gunblade, ich hab zu viel TFC gespielt, Leute. Gunblade ist richtig gut, da heilt jemand anderen. Ja. Und Schwaner fliegt ja überlange hoch jetzt. Ja, schwierig, Leute. Ja, das ist ja nicht gut. Aber kriegt mal hin, Leute, ihr dürft doch den Trust nicht aufgeben. Nee. Liebe für NNO. NNO spielt man von hier. Nee, ganz ehrlich, Trust in NNO. Ich glaube, das ist jetzt, oder? Guck mal. Wir haben für euch einfach aus allen finanziellen Schöpfen gefolgt. Also das hier ist meine künstlerische Hochleistung meines Lebens. Ja. Trust in NNO. Sven hat das ausgeschnitten, du hast geschrieben. Ich hab's auch ausgeschnitten. Oh. Aber Sven hat die Schere gesucht. Ja, der hat alles für mich gesucht und ich hab's gemacht. Oh. Dann hab ich ja halb die Schere gesucht. Ja, aber ich find vor allem auch den Kuli, ne? Ich muss ja ganz oft das O machen, das riecht schwer, weil du musst ja ganz viele Kreise machen. Du musst es ja auch sehen. Bei mir steht einfach nur No. Und bei dir steht No. Trick. Trust in NNO. Ihr müsst wirklich trusten, Leute. Aber es macht mega viel Spaß. Also wie gesagt, äh... Vor allem Game 5 wäre so geil, ne? Ja, Game 5, ja. Also wir haben jetzt auf Twitch tatsächlich schon die 50k gemeinsam geknackt. Sehr gut. Was sehr gut ist. Ihr habt was geleistet. Aber... Ich muss aufhören, damit das auch zu Spaß. Ja, ich glaub, war es. Ja, aber hör nicht auf. Warum? Also ich mein, das letzte Mal ist das Licht ausgefallen. Das hatte ich nicht aufgehalten. Ich glaub, das kann ich sogar bewusst. Siehste? Ich bin mit dem Windows-Fehlersound. Du bist wie so ein Sechsjähriger. Aber du hast halt leider... Leider die Kraft von einem... Die Kraft eines Zwölfjährigen. Hört ja auch den Windows-Sound, ja, oder? Das ist doch super. Das ist... Das ist schon krass. Okay, wir haben jetzt den Spectator.de. Der ist bald zu Ende. Boah. Aber ich hab auch echt Bock, muss ich sagen. Also kommentieren macht wirklich viel Spaß. Ich hab ein bisschen Angst über die Restriktion, weil ich hab wirklich viele Buttons. aber... Die gehen auch irgendwie nicht. Ja, aber ich kann ja... Du kannst das so machen. Aber das Problem ist halt, du hast ja gesagt, wir haben halt ein übelst krasses Regelwerk. Da sind schon ein paar Knaller dabei tatsächlich, die das da beinhalten. Aber... Ja, das Problem ist halt... Copyright scheiße ich auf meinem eigenen Kanal. Ja, also die Idee ist ja quasi so ein bisschen, ich würde ja diese NNO-Costreams gerne öfter machen. So, und wenn ich jetzt quasi in dem allerersten Co-Stream basically drei Verwarnungen und Banken... So, dann ist das natürlich relativ schwierig, ne? Es war der NNO-Stream. Also einfach... Und danach ist es halt quasi der Insel vorbei. Aber ich würde mich sehr freuen, das öfter zu machen. Vor allem das nächste wäre ja schon am Dienstag. Da bin ich schon in Köln. Oh, von Köln aus machst du das? Ja. Wie? Ich hab jetzt quasi... Nicht mit dem Laptop. Ne, ich hab jetzt basically quasi bei der ESL angefragt. Oh, schlau! Weil die in Köln sitzen. Aber die müssen die Tür aufmachen auch. Ob die mir die Tür aufmachen und im Best-Case auch mich nachher wieder rauslassen. Am nächsten Tag... Ja, rauslassen ist gar nicht so wichtig. Erst das Spiel casten, danach... Und vor allem das Geile ist ja, die ganze Welt ist ja auf der Gamescom. Das heißt, ich könnte in diesen Cast ja alle einladen, weil alle sind da. Das heißt, ich könnte einfach so jedes Game... Aber du musst ja alle zu ESL kriegen. Das ist ein Weg tatsächlich. Ja, dann zahlen wir dir nach Taxi. Oder Chloroform? Aber Taxi macht die ja nicht schneller. Ne. Chloroform auch nicht. Ja, aber dann wissen die ja nicht, wie lange es gedauert. Oh, die, die. Die sind schon liegen. Die sind ja so ein Haufen bewusstloser Mensch neben sich. So, weg bei dir nicht aufwacht. Wo bin ich? Du bist bereit für deinen Cast. Nein, 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 nein. Stehen so und so. Naja, das wäre schon relativ lustig, muss ich sagen. Ja, wäre schon geil. Aber das wäre ja... Also Dienstag wäre auf jeden Fall sick. Und da natürlich... Also sollten sie aufsteigen, ne, Leute. Dann ziehen wir uns jeden Dienstag, jeden Donnerstag. Es sei denn, Erro hat was dagegen. Das ist natürlich auch deren Entscheidung. Wird ja auch nackt, nackt gecastet. Ist so. Warum? Ja, mit solchen... Da haben wir hier N, N und O. Aber so rausgeschnitten. Du bist ja, lass deine Genitalien untersuchen, wenn es ein O ist, Alter. Und dann stehen wir alle auf. Und dann Propeller. Sofort gebannt. Aber der Clip. Du lebst dann von dem Clip. Ja. Ja, wow. Okay, krass. Der Clip muss dann aber woanders hochladen. Ja, ja. Pornhub hat gute CBK. Oh, das darf ich nicht sagen. Hä, du bist ja übeldummt. So, ab ins Game. Sorry. Das hat jetzt von Ohrenburg. Entschuldigung, hat keiner gehört. Ohren ab. Ja. So, Ohren los. Das war ein stummes P. Okay. So, wir sind drin. Und der steht zu 1 zu 1. Bah. Aber das ist das nächste, große Game. Wir müssen irgendwas krasses auf jeden Fall hinkriegen währenddessen. Wir schaffen das. Okay. Ohren ab. Alter, was die Sachen du gleichzeitig machst? Ich muss weg. Weil es mein Gehirn belastet nur vom Zusehen. Ja, das ist krass, ne? Aber ich habe eben auch während des Games, wenn du mir Fragen gestellt hast, habe ich quasi mit drei Leuten mit den Tösten. Ja, ich habe deine... Argoreen! Argoreen, renn! Ghost! Ghost, schnell, noch ein Ghost! Oh, der Sidestep! Oh, ist so gut. Also hier vor allem ganz wichtig, dass sie nicht über die Wand flashen kann, ne? Ja, kann sie nicht. Ja, sie hat ja keinen Flash. Sie ist einfach nur... Okay, also Ghost von Argoreen bekommen die Level 1 von Frankfurt, wirken strukturiert. Die haben alle Ults verbraucht. Du hast kurz hingegangen. I can't. I can't. They can do it. Okay, wir wollen Argoreen im Powerfarmen. Wir wollen, dass es dem richtig gut geht. Wir wollen dir den Head sehen. Wir wollen auf der anderen Seite, dass Botlane irgendwie überlebt. Weil das wird super hart. Das wird impossible. Aber... Muss jetzt quasi... Müssen wir jetzt dafür so, dass Argoreen auch den Botlane-Farm kriegt? Ne, so weit geht's nicht. Der wird immer gepunished, immer noch, ne? Ja, also... Funnen geht quasi nicht mehr. Aber... Ich denke, am Ende des Tages, Trust in NNO und vor allem auch Trust in Argoreen, ne? Igor. Maxima Changi wäre jetzt einfach weitergegangen zu den Wölfen. Man hätte dann gesagt, schlechtes Geld zu sein. Er ist weg! Scheiß Geld zu sein. Schlechtes Geld zu sein. Oh, da ist er wieder! Das wäre sehr ungut. Also, Lane... Also, was macht man denn hier jetzt? Was ist das für ein Champion? Sieve sieht ja fast aus wie Twisted Fate in Man eigentlich. Ja, also, Sieve hat wirklich die schlimmsten Skins der ganzen Welt. Also, du kennst ja gar nichts. Was hat sie in der Hand? Okay, das war gut. Das war ein bisschen ein troffener Q. Wann sind denn drei gerund? Und warum macht ihr da jetzt rot? Ich kann dir nicht alles erklären. Das geht nicht. Aber basically, für mich ist das der Beyblade-Skin. Der Beyblade? Ja. Da fliegt er. Oh, da sieht aber wirklich wie ein Beyblade aus. Weil er ein rot ist. Okay, also. So, unten heißt es einfach überleben. Wichtig dafür ist natürlich, die Dives dann später auch richtig zu spielen. Aber du hast Jenna gepickt, um die Dives zu überleben. I take it. Genau, Jenna hatten sie auch schon mal gegen Dives. Hat sehr gut funktioniert. Tolkien Ohm wurde ihm solo-killt in dem Matchup. War aber selber sehr kurz vor einem solo-kill. Das heißt, wir brauchen ihn jetzt hier im Bestfall. Weil wir haben den objektiv besseren Top-Lainer. Ja. Er muss jetzt nur auch, äh... Ja, so spielen. Ja, sieht doch besser aus. Ja. Sieben CS. Das sehen wir hier aktuell hinten. Aber die Wave ist noch relativ groß. Das heißt, es geht noch. Ja. Oh, ich bin Junge, ey. Also, ich kann nicht auf den Skin gucken. Ich muss ihn verdecken. Nur, dass ich den Namen sehe. Und die HP noch so ein bisschen. Irgendwann ist Nami einfach ein Blaubahl. Oder eine Giraffe. Na, wir wissen nicht, was Riot da noch im Petto hat. Okay, mit Lain wollen wir ja von Freni im Bestcase die ganze Zeit so ein bisschen prior haben. Weil wenn die viermal in Richtung Bot laufen können, dann wird das Game recht unangenehm. Agri wird getrackt. Aber es ist auch völlig egal, weil es obvious default wird, ja. Ich meine, er spielt Schiwana. Der war schon fertig. Ja, eben. Du hast quasi ein 3,20 Clear. Und wenn der jetzt gegankt wird, dann lache ich laut. Weil der hat den gespottet. Der hat doch gedashed schon. Das war ein Dash. No, oder? Sven hat schon gedashed. Wie viel Dash hat der Kult dann? Wie viel Kult dann hat der Dash? Puh, der sieht aus wie ein Sichuaner. Was machen die da? Das ist ein schöner Tanz. Ja, das Problem ist quasi, Schiwana hat keinen Ghost. Das heißt, man kann keinen Kill spielen. Oh, das sieht so schlimm aus. Ja. Wie lange kann ich da zusehen? Ja, also, jetzt würde ich schon wegschauen. Okay. Also, Teukin muss jetzt hinten rum. Guck auf die Mitte. Super unangenehm, aber Teukin ist halt nicht mega nah. Kann dementsprechend den Gang nicht enabled. Und Schiwana ist halt wirklich, Schiwana ist Dreh- und Angepunkt dieses Games. Das heißt, Schiwana darf nicht behind fallen. Der darf da oben nicht noch mehr Zeit verschwenden. Ja. Hätte ja sofort Ghost gehabt, hätte vielleicht rumlaufen können, aber auch dann nicht. Ich meine, was soll passieren? Seju wird irgendwann den Dash wieder haben und die zu killen ist extrem schwer. Also, alles in Ordnung. Sieht ein bisschen affig aus, aber es ist gut, um den Affen zu kontrollieren. Das Problem ist, der könnte jetzt hier den Grump kriegen, weil Schiwana ein bisschen langsamer ist als sonst. Warum? Weil sie Top-Lang ganken wollte. Wie deep geht der denn noch? Der geht Warden und macht dann den Grump. Aber vielleicht wird er hier abgefangen? Nee. Der kann man nichts machen, weil Lashen, Yumi und, äh, Yumi, Nami, jetzt hab ich's. Und Lucien sind ja komplett GG da unten. Nami movt dann auch, soweit die Wave gepusht ist, Wukong hat Smite, das heißt, keine Chance. Und das ist halt quasi der Preis dafür, dass man versucht, dazu gehen, oh, oh, the bubble quasi mit dem Killer-Instinkt, naja, nochmal gedocht ist. Und mit Händen, ich weiß, die kennst du nicht, aber. Ja, was sind Hände? Oh, Tolkien-Killprasher. Double-Killprasher auf beiden Seiten. Aber, 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 ist eigentlich noch... Tu es, mein Junge! Tu es! Oh, was ist das? 400 Gold! Let's fucking go, ey! Endlich mal! Und die Wave is huge! Ja, die kriegt ja in der CP, aber es ist so wichtig. So wichtig, der objektiv bessere Top-Player! Oh, Tolkien, die Maschine! Oh, und das ist, das ist ein Turn of Events! Ganz wichtig, sofort die Schuhe geholt. Oh mein Gott! CC Reduction! So wichtig! In Solo-Bolo! Ja! Das ist einfach Maschine. Das Wort bei Tolkien ist ja schon toll drin! Und der King ist auch... Oh, brilliant! Einfach, boah! Einfach schlimm. Ja, aber hoffen wir doch nochmal, dass sich das ungefähr sechsmal wiederholt. Weißt du, bei Argo-Rin ist ja auch Augustiner drin und Rein eigentlich auch. Nee? Argo-Rin? Rin? Argo-Rein? Argo-Rein? Oh, eins ist zu viel. August... Augustiner... Augustiner, keiner... Der August ist ja auch fast vorbei! Can't do it! Ja, Urin wäre näher gewesen, aber ich weiß. Das kann ich nicht leiden. Ich kann nicht mehr. Ich brück dir gleich die Arme. No way. No way. Das ist der Abschied. Da kann man nicht. Okay, also, meine Damen und Herren, wir beruhigen uns. Oh, das wird auch immer später für uns. Wie gesagt, der Abnutzungskampf für uns ist viel schlimmer, als für die Spieler. Ich muss schon Blut von meinen Beinen in meinen Kopf leiten. Aber wie, ich will doch was auf dem Kopf drehen. Wie machst du das? Schrombose! 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 Ja! So, oh, hier ist kalt! Ah, das ist doof. Das ist ne Ult. Das ist ne Ult, Level 6 zählt nicht. Oh, er macht ihn aber noch! Jetzt! Oh, da sind zwei Affen! Das sind Minutes. Das sind Minutes. Da kann er hinspringen. Er hat noch die Ult. Speed? Die Ult hat er nicht. Lauf! Er hat noch Flash. Jump! Bein hat noch Flash. Er ist schnell. Oh, gut. Okay, eins für eins. Ist fein. Ist fein. Das Problem ist ein bisschen... Kein Shutdown. Aber Top-Lane ist jetzt Far-Head dadurch. Ja. Far-Head? Ja. Ja, hat sich schon wieder bekommen. Aber er wird nicht... Doch, nee, er hat die P. Ihm juckt das Puschen nicht, ne? Ja, und jetzt Mitte ist sehr ausgeglichen. Und vor allem Bot-Lane ist 20 CSB-1. Das war aber zu erwarten, ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie... Irgendwie ein direkter Fehler. Das ist Match-Up-bedingt. Das Problem ist, der Wave-State... Oh, da ist es wieder in... Wie hast du es genannt? Der gebrochene Freeze, ja. Der gebrochene Freeze. Das ist der erwärmte Freeze. Der kaputte Freeze. Das ist einfach nicht schlimm. Oh, Argo-Rhin. Das ist so ein Argo-Rhin-Mode quasi. Der killt seinen Artgenossen. Ja, und vor allem kriegt er dafür auch noch Belohnung. Oh, oh. Da ist aber ein Fisch. Da ist ein Fisch. Das ist kein Problem. Er hat nämlich Smile. Boom. Smile ist raus. Und das ist zu gut. Es gibt extra Stats, ne? Und währenddessen gab es einen Mitte-Gang. Wait, der kriegt extra Stats? Ja, weil er... Ach, rechts um rechts. Ah, das ist... Das Problem ist quasi, dass man halt alle Bot-Side-Camps verliert. Und eigentlich müsste er jetzt hochgehen. Aber ich meine, wer soll da hin? Hm, schwierig. Also Freddy gewinnt das 1-on-1 gerade. Der wurde gegankt, hat Old-Binuts und alle Gegner waren auf einmal Low-Life. Also es sah eigentlich ganz gut aus. Aber Bot-Lane... Man kann halt nicht erwarten, dass jemand gegen eine Lucian-Army-Lane irgendwie schafft, seine eigene Jungle zu rennen. Also das passiert einfach nicht. Das gehen wir nicht. Und deswegen ist es halt schwer für Argoin, rund um Bot-Side zu spielen. Deswegen umso besser, dass er den Drake bekommen hat. Weil dieser Drake gibt auch wieder 6 Minuten Zeit mehr hinten raus. Aber gerade muss Argoin jetzt auf jeden Fall egoistisch optimieren. Und siehst du, was er macht? Er geht sofort durch und nimmt das nächste Objective. Ja. Holy shit. Er ignoriert Camps. Er weiß, the Herald the Dead. Ist er rübergejumpt mit der Pflanze? Ja, ja. Das ist super smart. Weil der wird quasi von der Vision Plant so nicht gesehen. Er weiß, Wukong nimmt meine Bot-Side-Camps. Das heißt, ich habe genug Zeit, den zu machen. Ähm... Also... Also Heffing-Wise ist ein insane smart. Und dann ultet er rüber. Ja, die Alternative war quasi, den Enemy Blue-Warpfeifer zu erwähnen. Aber das wäre halt der egoistischere Play gewesen. Das hier ist quasi ein bisschen in der Theorie-team-dienlicher, weil man damit mehr machen kann. Und jetzt die Frage. Das ist ja... Das ist frech. Ja, Tolkien. Aber... Ah, da geklaut. Tolkien. Die Ult ging schon mal daneben. Das ist sehr, sehr gut. Er kann sich noch transformieren. Jetzt ist No Way da. Vielleicht ein Turn, vielleicht ein Turn. In Turn is da! Oh, beinahe an die Wand geballert. Und da kommt der Shurima-Todeskönig. Sven auf der anderen Seite. Das war zu erwarten. Der Stein kam noch in den Haken. Hier kommt Jenna! Kani! Hier kommt Jenna! Na, Knock-Up ist da. Der Freeze des Todes. Guck mal, wie kalt das ist. Schau mal in den Wetterbericht. Na, aber die... Oh, das ist so ein Lastet. Das ist so ein Lastet. Das ist so ein Lastet. Kani hinterher. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. W. Drück W. Für den. Kill den. Herz. Oh, puh. Sehr gut. Mobile Soldaten. Kein Assist mehr für Shyvana. Ein bisschen bitter. Ja, das sah eigentlich extrem geil aus. Der Damage ist ja noch nicht da. Shyvana ist gerade erst Level 6 geworden, hat er überhaupt nichts an Items. Das heißt, diese geile Kombo, die sie da hatten, war nicht so gut. Aber Teukchen, wie ausgewechselt. Die Partien davor hat er sich ein bisschen schwer getan dafür, wie dominant er sonst auf der Top-Lane ist. Aber hier zieht er Sven die Hose über den Kopf. Der objektiv bessere Top-Laner ist endlich connected. Let's go. Ja, push hier noch weiter. Mittlerweile komplett an dem Turm. Rotation von Sven erfolgt jetzt endlich nach oben. Das bedeutet, Akre konnte auch noch ein bisschen an den Turret binden. Die Frage ist, kann damit Argerin etwas anfangen? Farmmäßig natürlich ein riesen Abstand. Also hier hat Akre schon gut geackert. Aber da sind noch zehn. Achso, sorry, du meinst im Jungle. Ja. Ja, ist tatsächlich so. Das kommt aber natürlich auch ein bisschen daher, dass NNO beide Objectives genommen hat. Du verlierst damit aktiv Zeit, weil in der Zeit kannst du zwei Camps machen. Aber das kann natürlich ein riesen Vorteil sein. Dreimal in Mitte jetzt. Aber Freddy fühlt sich mittlerweile sehr viel angenehmer auf dem Masir. Und das ist frech. Unterm Pop ist das Gegner drin. Aber wurde gesehen. Wurde sehr viel geblieben. Ist völlig egal. Wird immer noch geblieben. Völlig egal, weil Top-Lane hat NNO so viel Pryo, dass es wurscht ist. Und die Gegner wissen auch, ja, der wird wahrscheinlich Harry Top-Lane spielen wollen. Das heißt, sie können nicht mal wirklich hinrotieren. Und das, was Argerin denkt. Ja, das macht Argerin übel oft, dass er quasi sagt, yo, die Erwartungseite des Gegners ist, wir machen hier den Top-Lane-Play. Wollen wir aber gar nicht, weil solange NNO in der Lane bleibt, wird er diesen CS-Deat immer minimal pushen können. Und wir haben maximale Pryo. Und wir wollen den Harryt viel lieber nach einem Play stellen. Und ich muss auch meine Bot-Lane saven, weil ansonsten werden die Worst-Case gedeiht. Das heißt, was sie jetzt machen können, ist den Harryt entweder placen, um den Drake zu nehmen. Und jetzt ist er auf einmal Bot-Lane da. Und jetzt kannst du hier was spielen. Tornado kommt. Noe ist da. Knock-Up hat nicht ganz gesessen. Man kann ja Ackredroß noch ein bisschen beobachten. Er ist geslowt. Er will über der Clan-Fall. Aber das reicht nicht! Hör mal! Sofort aufgeplatzt. Das hat sehr, sehr gut funkt. Das ist ein hartes Punishment, weil jetzt kann man natürlich die CS so ein bisschen nachholen, was im Jungle gefehlt hat. Und Top-Lane sein und immer die Diff. Mega nice. Die Difterie ist da oben. Das war so, so gut und auch so, so wichtig. Da einfach in dem Moment da zur Stelle zu sein. Und genau deswegen hat Argo in der Rekord. Er hat mit den Routine etwas schnelleren Rekord. Das wurde auf der anderen Seite nicht eingeplant. Und dadurch kann er jetzt hier seinen Rückschau, den er jetzt bis hatte, mehr als Ausgleich. Eine Minute auch auf Drake. Ich bin mir nicht mal sicher, ob man den fighten sollte, weil man hat kein Teleport auf Nah. Das heißt, der müsste quasi seinen Push nutzen, dann runterrennen. Und ich glaube, das ist es wahrscheinlich eher nicht. Ich denke, man wird hier vielleicht eher dann doch für das Harry-Top-Lane-Play gehen. Schauen wir mal. Müsst du den Top-Lane? Ja, das ist ein Harry-Play. Jetzt müssen wir einfach... Der nimmt den Gromp immer. Also der versucht quasi einfach... Also der Ulti-Literate-Reeding-Grom. Ich glaube nicht. Aber Hängen hat ihn... Nee, nee. Sven hat ihn gelastet. Das ist ein bisschen underkey. Aber trotzdem keinem was, wo Kohlen nicht nehmen kann. So, Harrow charging in der Mitte. Das heißt, im No-Way hat nochmal gut Kohle bekommen. Kriegt jetzt wahrscheinlich dein erstes Mythic fertig. Ich glaube, man skippt einfach die ganzen Boots und den ganzen Kram. So, Argo nimmt jetzt doch die Golems. Also es scheint so ein bisschen zu sein, dass man jetzt hier nicht unbedingt darauf... Geilheit ist und Drake 100% zu kriegen, weil Tolkien hat keinen Teleport. What is this? Is this here a Raven-Class-Diadeep? Worüber redest du? Bei No-Way? Ja, ja, das ist Crown. Das ist das Item, worüber wir eben geredet hatten, wo ich dachte, dass wir über Crown. Ah, das ist das Anti... Anti-Die-Item. Die... Oh, Brögi, der braucht auch ein Anti-Die-Item, aber jetzt kommt er hier. Jetzt kommt einfach schön nochmal warmes Wasser dazu. Na, es ist einfach perfekt. Die Haut fühlt sich wohl, aber gegen heilen kann er wahrscheinlich trotzdem nicht. Man hat jetzt quasi den Drake indirekt forciert dadurch, ne? Ja, ja, aber wie gesagt, es ging nie um den Drake. Also ich glaube wirklich, dass man den super früh abgeschenkt hat, weil Agorin ist ja quasi so ein Golems-Garant, als 25 Sekunden auf dem Drake waren. Ich denke, Agorin läuft ja gerade mit 2000 Gold rum. So krass wird es nicht sein, aber 1400 oder so. Das heißt, er macht jetzt noch einen Rotation-Top. Das heißt, er hat jetzt nochmal die Kabel genommen, wird nochmal gucken, ob er vielleicht sogar die Wölfe snackt. Und das ist jetzt schon... Krass, weil der läuft ja mit wirklich viel Geld rum. Aber das ist halt optimieren nach eigenem Ermessen. Und ich finde, es ist in Ordnung, weil er hat den ersten Drake bekommen. Sie haben keinen Zeitdruck, da den nächsten zu nehmen. Und liebe 4NNO, Leute. Die rotieren übelst krass aneinander vorbei, ne? Jeder beklaut sich da gegenseitig in den Jungen. Ja, und ich glaube, es ist fein so, ne? Weil Lucian Nami ist etwas, was nicht so krass abfällt, wie man es sich wünschen würde, dafür, wie stark es im Early-Game ist. Aber das ist fein. Ich bin mir schätzt, dass ich bei dem Item-Bild war, also echt... Also es ist so ein bisschen diesen Burst verhindern, aber ich weiß gar nicht, ob es genug ist, um ehrlich zu sein. Also ich habe das Item gehasst, als ich gegen solche Leute gespielen musste. Ja, schon, aber das Problem ist halt einfach, dieser Lucian W kann das halt sehr leicht bocken, ne? Ich finde, das hat eine insane Range, das Ding von Lucian. Das Ding von Lucian hat eine insane Range. Da muss er gut aufpassen. Keck W. So. Warte, was ist denn das erste Mythic, by the way, bei Argoreen? Die Leute im Chat haben sich predicted, dass es Blade will. Ja. Na, ihr seid doch klug. Mann, Lob. Würde ich sagen. Ihr seid doch lieb bis jetzt, muss ich auch sagen. Lieb ist ja auch ganz nah dran an Lob. Und jetzt ist da nachher die Prediction Frostfire Gauntlet, das Demonic Embrace, dann sometime later. Okay. Wir sind okay-ish happy, ne? Also Top-Land-Drummen. Also ich bin total happy. Ja? Ja, ich finde, das sieht absolut fantastisch aus. Die Runden leben noch. Oh, das ist gut, das ist gut. Oh, ah, chillen, chillen. Und ahhh. Oh mein Gott. Oh, ah, war aber auch krass gespannt. Ja, ich bin auch irritiert, dass der Ackred nicht komplett bis zum Turm über die Wand gegangen ist. Ja. Oh, krass, dass das geklappt hat, ey. Dieses Weh. War eigentlich gut von Freddy, ne? Er hat sich quasi nicht, er ist nicht aus dem Butch raus, er war nicht sofort sichtbar, aber Reaction-Time insane, ne? Auf der anderen Seite warten wir auch eine gute Reaktionszeit auf den Nouveau, aber trotzdem, die war ja schon anders. Ach so viel. Scheiß doch bitte auf den Harrod, Leute. Weil der ist geil. Ja, der ist so egal, der ist der zweite Harrod, der macht gar nichts. Kannst du wirklich einfach vergessen, so. Also, ist voll okay. Nimm einfach unten da für den Bot-Land-T1, dass genau so viel, wie der Harrod maximal machen wird. Also, und jetzt lass bitte nicht Siva alleine gegen Lucien, sondern rotier hinterher, du kannst das hier eh nicht fahren. Er ist ja nicht alleine, er wird, glaube ich, nur die eine Wave nehmen, oder? Ja. Aber, oder? Ich meine, Brücke drückt einfach R und rennt weg, oder? Ja. Also. Doch, guck mal. Oh, 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 ha, ha, Stil, hat nicht ganz geklappt, die 100 Gold waren bei Sven, der Burst ist aber da, reicht das? Das ist die Frage, Tolkien hat eine gewisse Wutbar dabei, Karni mit Ferrari Jenner, extrem nervig, da kommt die Old Side-Stamp, hat nicht geklappt. Zack, da kommen die Explosionen, aber 1 zu 1, bisher getauscht, man rotiert nach oben, Akrim nimmt man noch mit. Na, die 300 Gold gönnt man sich, Tolkien sehr wütend. Oh, der, boah, Puls. Aber er hat keine Old, deswegen ist da nichts passiert. Ja. Und nur so, huhuhu. Aber das ist halt, it's kinda wild, weil sein Damage war so krass, ich glaube, man hätte es fighten können, aber du musst dich halt einfach nur für eins der beiden Sachen entscheiden. Entweder sagst du, wir fighten es oder wir fighten es nicht und dann müssen halt alle entsprechend handeln. So was halt, also es wirkte so ein bisschen, als hätte Agro mit den Engage mehr sein eigenes Team errascht als den Gegner. Ja, aber goldmäßig, guck mal, Toplane, boah, Junge. Das ist krass, und vor allem beim Nachgang, glaube ich, dass Gold so ein bisschen besser verwerbt. Mitte, auch. Ja, das ist ein guter Abstand, jetzt möchte ich aber Folgendes, ich möchte, dass sie das in das Game, in die nächsten Fights reintragen. Sie haben halt so auch dicke Shuttle, das macht mir Angst, ne? Ja. Ich meine, also Tolkien wird ja ein bisschen tanky jetzt sein, oder? Der würde jetzt ja nicht sofort umfallen. Bei No Way, klar, da ist natürlich, wobei, ne, er hat ja auch dieses Tank-Ding da. Ja, also das Ding ist halt wirklich, wenn Lucian Nami jetzt gut in die Fights kommt und irgendwas, irgendwie schnell zwei drei Kills holen, dann swingt ja der Gold, die, sehr, sehr krass. Und diesmal ist es viel schwerer zu sagen, wer hier wen outskatet. Also klar, Lucian Nami skatet jetzt nicht insane, actually skatet Lucian Nami einfach nicht besonders gut. Ich glaube, das ist vielleicht sogar der Fall. Ich überlege die ganze Zeit, wie int es ist, auf Sieber das Anti-Schild-Item zu bauen, weil ob es sie ist, ist nicht so krass. Le Fertig, die Sieber wird kaum noch gespielt und hier ob es sie auch nicht. Aber du hast ja, spielst ja gegen Seraphine Nami. Du spielst ja gegen Sage, Hur und Bukong. Es ist halt echt irgendwie illegal. Die haben halt schon Amor. Da musst du irgendwie durchkommen, so. Oh, Brücki, Brücki mit dem Flash. Aber da muss man sagen, da ist auch die Heilung da. Oh, Aua, Schmerz, Schmerz. Oh, Schilder-Flash, wichtig! Aber die wird trotzdem noch auf Platz. So ärgerlich. Unsterblich Torz hier ist man nicht. Da ist schon ein sehr, sehr harter Fokus tatsächlich drauf. Zweiter Charge, sehr unangenehm. Beide Side-Laner von NNO rotieren da weiter. Die Frage ist, wird der Herald jetzt sofort aufplatzen? Na, ein bisschen hält er noch aus. Jetzt ist er down. Hat er jetzt zwei Türmen bekommen, das ist schon sanig. Ja, es ist auf jeden Fall ein Losing-Play für NNO. Aber ich meine, sie sind ja auch gestorben. Also was erwartet man? Das Winning-Play aus einer Losing-Position ist jetzt nicht so normal. Am Ende ist es halt eben eine undankbare Aufgabe, so als sie wäre Jenner da, gegen alles zu spielen. Aber ein bisschen ruhiger könnten sie es gestalten. Oh mein Gott, Cedro ist top-TP'd und ist jetzt wieder mittelgerannt. Das ist terrible. Das ist super wert von Frankfurt. Oh, wait. Aber da muss man das ja auch aushalten. Das Ding, Brügge kann dann wirklich nicht viel schilden. Er wird runtergerannt, zack! Ist okay, ist actually alles okay. Das ist so terrible Wraith-Management. Das ist quasi so Leak aus, keine Ahnung, 2010 oder so. Du gehst quasi einfach für die Kills und ist völlig egal. Die können da, also Brügge und Karni können da noch sechsmal reingehen und die Leute baiten, weil die investieren so viel Zeit dafür. Klar, die kriegen jetzt auch den Drake, aber Arion wird ja wieder versuchen zu stehlen. Aber die Old, er hat Ghost, aber ich glaube nicht, dass er da lebend rauskommt. Ja, auf gar keinen Fall. Das ist ein One-Way-Ticket. Nee, nee. Er rennt jetzt um. Er will die Leute nur nerven. Er will quasi die Info geben für Noé. Das ist mir doch egal, der Turm. Können wir bitte, äh, ja? Bitte hoch. Oh, no way, no way. Kann da rüber dashen. Wild erstmal den Kollegen auf die andere Seite. Kein Feuerballversuch. Ah, not bad. Ist okay, ist okay. Man muss das hier nicht überanstrengen. Man muss hier jetzt keinen Fight nehmen. Ich finde es schön, dass diesmal Tempo rausgenommen wird. Wir erinnern uns ja die letzte Partie. Sehr viel Panik. Du hast dicke Shutdowns. Don't do it. Und im Endeffekt war das jetzt ein Play, nachdem NNO 2.000 Gold mehr vorne ist als vor dem Fight, obwohl sie zweimal gestorben sind und den Drake verloren haben. Und dieser Gold wird noch höher, weil Mitte fällt auch noch. Frankfurt wirkt überfordert durch diese Side-Name-Power von Nahe sehr. Deswegen sehen wir ihn auch in dieser Series als first pick. NNO hat hier gesagt, guck mal, ihr dürft Wukong haben. Wir nehmen dafür Nah. Man sieht, der Nahe in Tolkien's Händen ist illegal. Ja, das ist natürlich die Frage, wie lange wird quasi Kanu und Bröki diese Disengages irgendwie noch hinkriegen. Also das sah schon schlimm aus, wenn ein Wukong auf dem Sieg erspringt. Ja, es ist terrible, es ist unplayable. Aber ich meine, am Ende ist das halt überundankbar. Ich finde es vor allem auch gerade als Streamer undankbar, weil Bröki wirkt ja tatsächlich so in den Games, als wäre er einfach deutlich schlechter als der Enemy ADC. Das kann man gar nicht beurteilen. So, Bröki spielt nicht ADC. Bröki spielt quasi Bait Material. So, und er geht aus jeder Partie, ja, wow, das ist actually brilliant. Also er geht aus jeder Partie ja nur mit ein, zwei, maximal drei Toten raus, weil er sehr diszipliniert spielt. Aber was soll er eben machen? So, er steppt rein, Wukong denkt sich, yo, ich geh mit W rein, ulte den. Und obwohl eine Jena neben ihm steht, wird er von dem Jungler im One vs. Two 100-Zero. Ja, das war eigentlich ein 0-2-Jungler eigentlich. So, jetzt sind wir schon, Argo-Regen. Das ist, äh, solid. Der kann die One vs. Two-en. So wie Aue-Schaden. Aber Achtung auf die Minimap. Mach's nicht. Mach's nicht. Nee, nee, er muss zurück. Er muss zurück, die Geschwindigkeiten irgendwoher nehmen. Er ist so smart, ne? Nee, warte, 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 das ist zu viel. Er nimmt jetzt die Waze, er hat die Minions gekillt. Das hat schon funktioniert. Aber da sind noch drei, aber das tut die gar nicht. Aber fairerweise... Wart mal, das ist ein In-Hip. Also NNO. Man merkt einfach, Frankfurt, sie denken, sie müssen irgendwo für Catching gehen. Sie müssen irgendwas machen, aber ihnen fliegt die Base einfach so brutal um die Ohren. Mitte jetzt auch noch die Rotation rein. Die spielen das schlau. NNO spielt's brillant. Das ist genau das, die ganze jahrelange Erfahrung, die du hast, wenn du 65 bist. Das kommt hier into play. Wahnsinn. Die spielen einfach nur Zivilization. Ja, und jetzt auf der anderen Seite, ja, da kommt so ein C2 TP und ein Seraphine TP. Auflösungserscheinung bei Frankfurt. Das wird ein Desperate Nash. Und das können die, aus meiner Sicht, das ist ein beschissener Nash-Call. Oh, TP haben sie zur Verfügung. Jetzt wird ein bisschen niedergemäht, aber Karne kann das tatsächlich gegenheilen. It doesn't matter. This game is so wide open jetzt. Tolkien ist unten im In-Hip. Keine Teleports mehr zur Verfügung bei Frankfurt. Den Nash konnten sie gar nicht erst anfangen. Der Turn ist interrupted. Und jetzt müssen sie alle durchruzieren. Aber die rotieren jetzt alle auf Tolkien. Und jetzt wird es spannend. Aber achtet auf No Way. No Way ist alleine. Ganz wichtige Position. Ja, aber das ist so... Oh, die Recall. Der Recall. What are you doing? Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. What? Das geht nicht. Die Opfer nie. Er kann jetzt hier Ackre sehen. Dann stirbt nur No Way. I guess it's fine. No Way, no Flash. Er kann jetzt noch einmal... Ja, was soll er denn da machen? Äh, da, da, da. Das sieht... Oh, das ist so eklig. Oh, das ist irgendwas Rotes mit Smite, was gebrannt hat, dass Jungler immer noch dürfen, obwohl es 222 ist. Ja, es wurde ja genervt, aber noch nicht auf dem Patch. Ah! Äh, wild. Also, ich hätte gedacht, dass man es fightet. Ich glaube, man hat halt super wenig Infos, von außen ist es viel leichter zu sagen. Aber liebe für NNO, Leute, ne? Holy Moly. Ganz wichtige, knappe Kiste. Trotzdem, wir gucken auf ein Goldlied immer noch rund um 3000. Und jetzt geht es halt eben, da weiterzugehen. Der Bot, den man jetzt genommen hat, der setzt sich auch selbst auf den Timer. Du musst jetzt um Nash spielen. Weil jedes Mal unten kähen deine Superminions, die Enemy Minions. Das heißt, du hast quasi einen Nachteil, weil du weniger Minions farmen kannst. Das heißt, jetzt geht es darum, D's und Nash. Das seht ihr doch kein Tipp. Oh, Shyvana hat Bock. Oh, wanted. Wanted? Ah, der kommt da noch raus, ne? Der ist doch noch halbwegs... Er hat aber seinen Flash verloren. Das heißt, der nächste Fight ist ein bisschen schwieriger. Du musst halt Sven irgendwie da hochloggen. Die Frage ist, wie Tolkien ist schon ein bisschen low. Gupong trollt. Ist Akra ein bisschen alleine. Rye trollt. Problem ist halt, der kann da easy rüber. Fangen die denn jetzt an? Ist man so, baby? Ne. Im Endeffekt geht es einfach nur darum, halt immer wieder Zeit zu schinnen. Und quasi die... Die Fire-Form von... Also die Dragon-Form von Argoin einfach auszunutzen. Du hast einfach jetzt alles genutzt. Du hast diese beiden Rage-Bars. Du hast sie ausgespielt. Du hast einen Flash bekommen. Du hast Wukong rausgechunkt. Und jetzt geht es wieder über die Mitdenkontrolle zu kriegen. Du hast 50 Sekunden auf, Drake. Dafür musst du ready sein. Und den Nash hast du jetzt visionmäßig eingenommen. Der Drake so wichtig ist, dass das der dritte für irgendjemanden. Ja, aber ich glaube... Also... Ja, Botland-In-Nap ist done. Also, maybe geht es hier auch einfach Tolkien für den maximalen Vektor. Boah, Freddy, Mann. Ey, der spielt heute so hart mit dem Feuer. Ich weiß nicht genau. Wir haben hier Assassin Asier den ganzen Tag zu spielen. Aber holy shit. Also, er ist auch mit der Hälfte der Zeit pixel-perfect, ne? Also, der ist jetzt einmal gestorben. Und der steht ungefähr seit 70 Minuten behind enemy lines. Ja. Das ist ja wirklich schwierig. Jetzt aber das W raus. Ich weiß nicht, ob die das mitbekommen haben. Nee, haben sie nicht. Also, der... Einfach, weil Riot nicht consistent genug ist. Er kam ja aus dem Busch. Und sie haben ihn ein bisschen später erst gesehen. Ja, das ist schon wieder. Ja, ja. Neun Sekunden Kohlen. Ja, ist krass, ne? Das ist ja gar nichts. Oh, jetzt Versuch! Flash for Flash, ist okay. Ja, Jungler, damit... Flash for Flash. Die Gegner rotieren und dann kriegst du entweder Free Drake, weil Tolkien einfach unten durch... Boah, der ist doch schnell! Die haben ein sehr gutes... Alter, der ist so stupid! Die wollen trotzdem raus. Das ist ein Fake Nash. Das ist ein Fake Nash. Oh, Nami-Wave schon mal raus. Das ist absolut irritierend. Das ist Nobita gemacht. Und Achtung, Botlane ist das entscheidend. Sven wird extrem weit reingepusht. Aber die übernehmen den Baron. Die übernehmen den einfach. 50-50. Darf man das? Darf man das? Er kann da rüber, er kann da rüber. Sollte aber nicht bei allen rübergehen. Sie werden nicht zu range. Und unten entscheidet sich das Gameware dessen. Sven gegen Tolkien ist die wahre Entscheidung. Hier geht es quasi nur darum, wer hat... Ja, wir können aber die Ball gucken. Wo ist die Spit-Camp? Und Argo überlebt, jetzt kann er übergehen. Er kann auch rüberspringen. Er muss aber rüberbringen. Oh, stark von Nuschen gemacht. Argo hat keinen Flash. Die Knallplatser ist weg. Die kriegen den Nash. Oh, Nami-Wave. Smite geht durch. Was passiert? Botlane. Sven hat 100 HP, aber er hat es überlebt. Tolkien hat es probiert. Er hat es leider nicht durchbekommen. Er hat es abgefangen. Er wird zu Fuß abgefangen. Nee, keine Chance. Das wird nicht passieren. Aber ist die Frage, der Exit-Drake ist natürlich jetzt nicht mehr möglich. Tolkien wird jetzt hier noch von den Gegnern gepinkt. Er sollte unten in den Busch riequieren. Das weiß er selbst. Der Tolkien ist gierig. Aber die sind krass. Also Tolkien und Noah haben halt auch wirklich... Also ich weiß nicht, ist das so ein interner GPS, der anders funktioniert? Wer hat mehr Farm? Ich meine, er will den Kampf gewinnen. Okay, also 1000 Gold-Leads immer noch bei NNO. Mittlerweile allerdings drei Drakes für Frankfurt. Plus der Nash. Der Nash anzufangen fühle ich. Der Nash zu spät abgebrochen, I guess. Und ich glaube, Tolkien, dass er dafür das Finish geht, I get it. Die haben jetzt erst vor kurzem durch diese Backdots gewonnen. Also ist irgendwie dann klar, dass man wegen Recently Buys denkt, dass das der beste Play ist. Ich glaube, hier einfach den Drake zu securen. Also du pusht quasi, nimmst dann den Drake und kannst dann schneller zum Nash noch rotieren. Wäre wahrscheinlich eher der Play gewesen. Wo ist der Hinti, Pete? What? Er ist da. Aber damit konnte er nicht machen, oder? Die P ist raus. Geht es noch zurück? Ich bin ein bisschen irritiert. Er nimmt jetzt noch ein Camp. Ja, das ist nämlich auch confused. Ja, aber ich kann es auch nicht ganz erklären. Vielleicht war der Guest, dass die Leute Botzeit sind und dann wollte man es anders machen. Man spielt jetzt einen... Ah, Brücki. Boah, der Schild. Boah, Junge, Junge, so krass. Also in den seiner... Also ich meine, ist so ein Scheißjob. Holy shit, ey. Ich glaube, er kann froh sein. Ich bin von Gabrielern Sunset. Tschüss. Tschüss. Hallo? Hallo. We try, guys. Hi. Sorry dafür. Hi. Scheiße, die Puschen. Erdbeben. Hier war es ganz wackelig. Scheiße. Nee, sieht man ja nichts. Ja, ich weiß, aber vielleicht auch trotzdem so. Man sieht uns jetzt wieder. Ja. Das Leben ist brutal. Hier war gerade eine Katze, die war riesig. Die hat hier fast alles zerstört. Also Internet in Deutschland ist einfach Pan. Leute. Prime League auch dann. Ja, wir sitzen im selben Office. Wir sitzen im selben Boot. Und wir haben hier quasi... Nein, mach nicht. Darf ich nicht. Ja, jetzt kannst du von mir aus. Jetzt kann ich. Aber ich drücke hier mal 5. Oh, da ist ein gutes Zeichen. Weil es durch das Clean-Feed ja auch kommt. 15% gedroppte Frames. 100% gedroppte Frames. Ah, das ist zu viel. Wir sind wieder raus. Wir sind wieder raus. Sind wir wieder da? Was machen wir denn? Sind wir wieder... Jetzt sind wir wieder da. Look at that. Okay. Aber das Game ist noch nicht vorbei. Ja, das ist... Oh, Gott fucking God. Was machst du? Ich weiß es nicht. Ja, du hast Kerzaste gedrückt. Ah, okay. Na gut. Okay, da sind wir wieder. Okay. Hi. Okay. Leute, Deutschland. Ende von der Maus. Ihr dürft das... Nein. Ah, ich hab... Aber es ist die ja schon. Guck mal, wie... Guck mal, wie... Guck mal, wie... Ah, wie falsch ist los. Was passiert? Oh, Scheiße. Ja, ich will sehen mal die Regisse. Oh, fucking hell. Ah, guck mal an. Leute, das einfach tut alles weh. Also das tut weh, was... Ach, die pausieren. Die pausieren. Die Spectator pausiert. Das ist nur eine Pause. Um uns zu save. Es war schon immer nur eine Pause. Ihr seid da. Wir sind da. Puls ist da. Es ist alles da. Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, ne? Als ob ich hier Werbung gedrückt hab. Werbung mit euch, ne? Wir wollen einfach nur euer Geld. Aber eigentlich wollen wir euer Internet tatsächlich. Weil wir haben keins. Okay. Stromausfall in Spandau. Are you kidding me? Ja, aber wir haben Strom. Guck mal, das ist ganz hell. Ich kann sogar noch heller machen. Seht ihr das? Das ist genug Strom. Strom ist nicht das Problem. Oh, es geht weiter. Konzentrier dich. So. Äh, wie steht's denn? Tolkien ist im Backdoor. Der ist oben an den Innenverkehr. Oh mein Gott, was macht denn hier? Agri! Agri! Er hat kein Flash, kein Flash, kein Flash. Er ist da rüber gejeetet. Er hat Zeit erkauft. Aber der Inhip, der Inhip. Wehm ist down. Nee, ist ein Turm down. Oh, die haben net Recall. Leute, das ist kein Schlimm. Da kommt ein Lucian und der hat ein Aggressionsproblem. Leute, wir haben ja alles über Solar. Der hat ein riesiges Aggressionsproblem, der Lucian. Tolkien hat aber ein Flash. Du bist 700 Shutdown-Wert, mein Junge. Lauf. Lauf. Aber da oben kommt der Kinnemont. Nein! Da kommt der Akkordeon. Nein! Oh, nimm das. Oh! Oh, plate. Der Saiyan! Oh, getrackt! Was ist das? Oh mein Gott, das Lunge geht genau um den Kopf ins Klo. Oh, ich liebe dich. Oh! Und der 2 ist ja auch noch so attraktiv. Leute, es fliegen noch Schlimm vor durch die Gegend. BHs! Alles! Das ist insane. Oh! Alles ist nass. Es ist echt, ich ruhe mir gerade ausgerutscht. Auf meinem Stuhl. Das ist einfach insane. Hier ist alles vollgekommen. Alle Fruchtblasen, die noch da waren. Ah, was für ein Fruchtballon! Okay. Der objektiv bessere Toplaner. Ah, was sage ich? Der objektiv beste Toplaner. Oh mein Gott, Leute. Das ist einfach gedifft. Also NNO, ich meine, die sind krass am Backdoll und machen die ganze Scheiße. Aber ohne Fakt. Die sollen jetzt mal zusammenreißen. Ich werde wirklich nervös. Es tut doch alles weh. Alles ausgefallen. Herzausfall, Stromausfall, Internetausfall, Haarausfall. Es ist einfach alles da. Junge, Junge. Durchfall. Das ist einfach nicht schlimm. Ach, die Hose war gar nicht braun. Ja, die ist einfach weiß. Okay, oh, in Gage of No Way. Nein, nein. Aber da ist Walls, Walls, Schweine, Walls. Das ist ein natürlicher Feind. Der hat bald wieder Flasher. Wir achten auf die Summoner Spades. Alle haben alles zur Verfügung. In 1 heißt es, der nächste Drake. Aber ist das gut? Das ist nicht gut. Wenn Akre Flasher hat, hat Brücki nicht mal LOL installiert. Aber ganz ehrlich, also... Oh, nee. Der wird auf eh nicht mitspielen. Oh, nee. Oh, geht da nicht zu nah. Geht da einfach gar nicht hin. Ja, genau, geht da hoch. Sehr gut, sehr gut. Schöner Map-Read, schöner Map-Read. Brücki im Swip-Push. Das ist gut, weil keiner der Gegner hat den jemals gesehen. Nee. Deswegen beantworten sie den auch keiner. Nein. Jetzt gehen sie alle base. Weil jetzt haben sie gesehen... Oh, der ist ja glücklich. Oh, Brücki, Brücki, Brücki. Und Brücki, der spürt's schon, ne? Der hat ne... Der weiß ja, was Sache ist. Oh, der wird auch gepinkt. Ja. Die wollen da hin. Das geht nicht. Tief durchatmen. 1,20 auf Nash, 5,50 Sekunden auf Drake. Und ich bin so nervös. Alter, der Puls. Der Puls. Meine Eier werden noch abgeklemmt. Ich muss ein bisschen weiter runter. Das tut einfach alles weh. Da kann ich mal Manscaped helfen, Leute. Was soll das denn jetzt gerade? Das war ein Satz-Hand. Von mir! Ich bin noch klein. Nein, sag das nicht. Ja, Entschuldigung. Das ist nicht gut. Ich hab mein Glas kaputt gemacht. Tut mir leid. So, warte mal. Die nimmt die Wave an. Brücki nimmt die Wave an. Brücki sieht so aus, wenn er alleine ist. Aber ist er gar nicht. Aber die wissen das. Die pingen. Die pingen. Die pingen. Die pingen. Die pingen. Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Also, die Wave sind erstmal schön reingedrückt. In die Eintracht. Hinein. Was gut ist. Aber ich trau... Also, ich hab Angst. Ich hab so Angst. Weil Duster, guck mal. Er ist auch ganz alleine. Wie lange hält ein Brücki... Wie lange hält ein Tolkien durch? Tolkien? Äh, ja. Da waren ja gerade drei Leute. Jetzt gehen die Arten in die Mitte. Aber No Wave ist fast. Ja, der spürt das. Der will noch mehr Gegner. Ja, oh. Mehr Skillshots. Das ist wichtig. Keine Luschen holt. Ist schon mal schön. Nehmen wir mit. Ja, wäre ja kein cooler. So, Drake ist jetzt ab in 30 Minuten. Macht noch bitte diesmal nicht den Backdoor. Oh mein Gott. Ah, ah, die nehmen den, die nehmen den zurück. Wir haben doch Agorin mit Ult. Wir haben nur ein bisschen Wasser. Schön gesagt. Ist okay. Stark. Und jetzt, was ist mit dem Nash? Was ist das? Was ist das? Das ist ein Affe, der gegen eine Taube kämpft. Aber das wollen wir nicht sehen. Aber die Taube hat flasht. Die Taube hat geflasht. Sie kann fliegen. Ja, sie kann flasht. Ja, aber benutzt er tatsächlich... Was passiert hier ab? Ist unangenehm. So, aber Bottling wird noch gepusht. Das heißt, die Inhibitoren von Eintracht. Alter, keiner weiß mehr, was er machen soll. Nein, Mölin, Inhibitoren. So, aber jetzt kriegt Wokong ja einfach die Sol. Für was denn? Aber was für eine Sol? Aber was für eine Sol? Eine Luftsol. Das ist ja quasi die natürliche Stärke einer Taube. Die Taube will Luft, Auftrieb. Warte mal, er nervt ihn ja übel zur Solle. Das sieht nicht gut aus. Da stimmt was nicht. Das ist nicht gut. Ist das ein WC? Das habe ich schon mal gesehen. Das war... Das so enden alle meine LOL-Games. I don't wanna do it. Ist der Spectator Deceit? Wir wissen es nicht, Leute. Seid ihr noch da? Bin ich noch da? Is this real life? What just happened? Das ist schon mal... Ich habe vor zwei Tagen gesagt, dass meine nächsten zwei Wochen ein einziger Fiebertraum sind. Alter. Aber... Malaria. I didn't know what's happening. Was ist das? Sind die gleichzeitig Deceits? Das ist eine Replay-Analyse. Weil Deutschland kein Internet hat. Die sind ja auch in Deutschland. Großer Fehler. Großer Fehler. Nie in Deutschland bootcampen. Das geht nicht. Raus! Die Leute gehen ja raus aus dem Land, weil sie wissen, Kupfer ist nicht gut. Ich habe quasi... Ich bin... Oh. Ja, Seraphine darfst du bewegen. Aber sie wollte nur gucken, geht's der Krabbe gut? Geht's dir gut? Wo sind wir jetzt? Wo weiß ich denn? Er ist geflogen. No Way ist kurz hochgeflogen. Ja, ist eine Taube. Starlink war ein Thema. Ja. Na, vielleicht nehmen wir da das Internet. Der Drache sagt... Er will immer noch den komplett vollsprungen. Aber der Wukong schlägt auch die ganze Zeit die Wand. Seraphine, du musst wieder gucken, was die Krabbe macht. Ja, verstehe ich. Die sind gute Freunde. Nee, die haben eine persönliche Bindung. Der schreitet noch den ganzen Tag an, Leute. Jetzt wird doch Schluss. Jetzt hat er aufgehört zu schauen. Oh, Gott sei Dank. Ist auch stressig. Okay, dann müssen wir mal kurz auf uns gehen, denke ich, weil jetzt macht der Spektator da Sachen, die ich nicht sehen will. Ich will die schon... Oh, guck, er hat's gesehen. Ja, ja. Oh, wow. Das haben wir auch nicht gemacht. Oh, Gott, du hast das Predicted. Ja. Der Mann dürfen ja wieder rein. Das ist schon spannend, was hier passiert. Okay. Nee, du darfst nicht. Nee, kann ich nicht. Also gerade kotzt der Drache weiter den Affen. Der Drache hat schon... Der Drache hat... Also generell können wir mal... Da hilft kein Gelo-Revoice, Leute. Können wir mal über... Ich war auch kotzt der Drache. Ich bin da älter. Können wir mal kurz über Nahrungskette reden. Ich hab da jetzt auf meinem Screen hab ich einen Drache, einen Affe und eine Taube. Ja, und Seraphine. Und einen Fisch. Das ist quasi ein Seelvogel. Aber wer ist denn jetzt Nahrungsketten-mäßig oben der Mutzerte Drache? Also, der glänke Drache sind immer ganz oben. Ja. Würde ich sagen. Aber hier... Stop. Ja, wenn ihr gesehen habt, was wir gesehen haben. Das klang bei mir wie so eine Anweisung. Nein, nein. Stop watching! Und wir so, okay. Ja, ja, sie haben es ja nicht gesehen. We didn't try. Oh, mein Gott, Leute. Ist euch übrigens mal aufgefallen, darf ich mal kurz darauf hinweisen? Kannst du mal zur Seite gehen? Ja. Welche Seite? Graphic Design ist mein Hobby. Ich habe quasi dieses Logo bekommen und da dachte ich mir, wie mache ich daraus ein Overlay? Du musst noch weiter weg. Noch weiter. Ja, da ist noch ein Balken. Da ist noch ein Balken. Da kommt noch einer. Der hier? Ja. Der andere. Da. Das reicht nicht, wenn ich da aus dem Bild bin. Graphic Design ist my passion. Sieht so gut aus hier. Sieht so gut aus hier. So. Ja. Also wir sehen jetzt schon, die Photoshop-Skills sind ebenfalls da. Die brauchen wir auch, wenn wir länger leben wollen. Ihr ruckelt auch. Ja, ja. Das glaube ich. Ach, wir ruckeln. What can I do? Ich habe quasi... Wir ruckeln. Ich glaube, das ist das Problem. Das Internet. Leute, das Internet. Wisst ihr, was Internet ist? Das ist Neuland. Oh, ich habe ganz viele Nachrichten. Ich auch. Verzökeln Sie alles ein bisschen. Wir haben Internet. Ich muss reconnecten. Ich habe keine Freunde. Guck mal. Wir müssen neun Minuten skippen. Wie neun? Ich meine, aus technischen... Neun. Ah! Was sind bei neun Minuten Late-Game-Lol schon wichtig? Ja, so ein Indip kommt nach wie vielen Minuten wieder? Nach zwei? Drei? Wissen wir nicht. Huuu! Leute, es ist natürlich ein Keck zum W. Wieder zurück zum Keck. Nochmal dreimal Elegiggels. Und das springt von der Brücke. 90 Monkw. Auf den W. Direkt dahinter. Liebe für Internet. Ähm, äh, I'm really trying, Leute. Am Ende des Tages, ne? Ich weiß nicht, was soll man machen? Wir wohnen in Deutschland. In circa drei Minuten geht's wieder weiter. Alter, es ist... Das sind... Das sind... Das ist schon gute neun Minuten. Das ist schon gute neun Minuten. Puh. Okay. Wir müssen ganz tief durchatmen. Ich würde sagen, viele ja, reconnectet doch und schaut euch die letzten neun Minuten an, mal an. Aber wir sind natürlich bei Riot. Huuu! Wir brauchen einmal Liebe für die Caster, glaube ich. Weil ich kriege einen Mental-Boom. Ja, ich brauche Durst. Ah, Durst! Hast du noch was Cooles? Ich hätte das meins. Würdest du das nehmen? Nö. Ja. Ja? Ja. Dann geh mal bei dein Glas. Ja, aber das muss man unsichtbar machen. Das ist ein schnelles Glas. Guck mal, wie Johnny das macht. Johnny ist einfach nur eine Aqua-Machine. Das ist Nami. Ja, Nami Main. Dankeschön. Oh! Oh, ist aber gut. Mh. So, wenn wir noch ein paar lustige Knöpfe durchgehen. Ich brauche... Also, ich weiß auch nicht. Pass auf, ich mache jetzt kurz einen Reporter. Ah, nee. Aber erstmal muss ich STRG-C, STRG-V machen. Ohne STRG-C, STRG-V funktioniert heute gar nichts mehr. Leute, das ist wie Excel im Amt. Ohne... Just stop it. Na, es ist wirklich komplett lost an der Stelle. Ich verstehe gar nicht, ich kriege so viele Nachrichten. Ich verstehe gar nicht, warum? Ich habe da gar nichts gemacht. So, pass auf. Ich glaube, das geht so, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert. Also, Leute, wir haben hier Internet in Deutschland. Das funktioniert einwandfrei. Oh, okay. Das war aber schnell. Das hatte ich anders in Erinnerung, tatsächlich. Aber basically müsst ihr euch das so vorstellen. Es ist wirklich pain. The pain in my ass, in your ass, everyone's favorite ass. Ich verstehe die Hälfte der Nachricht, ich kriege gar nicht. Sehr verstörend. Okay, wo bist du dran? Hast du schon Studiomodus gemacht? Was ist das denn? Wie kennst du an? Pass auf, ich habe noch eine Idee für dich. Oh nein. Was, Studiomodus? Wie Studiomodus? Ja, Studiomodus, um ein zweites Mic reinzumachen. Ah, ist doch zwei Räner. Achso, du meinst das ja. Oh, da ist es schon. Oh hey, warum ist das denn drin? Was ist das denn? Bin ich da besonders klug. Okay. Okay. Leute. Also, wir machen das jetzt so. Ihr müsst euch jetzt zwei... Zwei, zwei! Zwei, zwei! Laut Chat? Ja, die haben das garantiert getwittert, die Idioten. Ich guck noch. GG! Das ist ja übelgut, Leute! We did it! Also, auf die dümmste Art und Weise. Warte, warte, ist es noch nicht... Leute. Also, der offizielle Cast darfst du es wahrscheinlich noch nicht sagen. Wie? Der darfst du es noch nicht sagen. Ahaha! Leute, Leute, look at that! Ah, wo sind wir? Ah, falscher Knopf. I did do anything. Das ist die Nervosität. Zwei, zwei! Aber ich sehe nichts. Wer sagt das denn? Wir müssen zum Spädi. Tolkien. Oh, wir müssen zum Spädi. Wir müssen sowas von zum Spädi. Schaut mal das. Schließe. Nee, es hat keiner getweetet. Ich glaub's noch nicht. Wir dürfen es nicht glauben, oder? Leute, hört auf jetzt hier. Wir glauben es nicht. Don't do it. Ich glaub, wenn der Nexus platzt. Leute, das ist vorbei. Wenn ihr hier trollt. Das geht nicht. Twitter-Argurin. Ich guck noch. Twitter-Argurin. Argurin. Also, Argurin, wenn du jetzt gespoitert hast, Brudi. Dann tot. Er hat nichts getweetet. Gut. Er hat nichts getweetet. Bist du dir da sicher? Ja. Ganz sicher? Ja. Super sicher. Ich bin sogar auf die normalen Tweets gegangen und antworten. Oh, der hat mein Announcement retweetet. Oh, das ist cute. 7-1. Oh my God. Das ist stark. 7-1 ist besonders gut. 35-17. Das hätt ich für möglich, ja. 35-17? Ja, aktualisieren. Du hast dich bei Play gedrückt. Aber muss ich doch nicht. Ja, natürlich. Passiert nichts. Achso, das ist richtig. Da passiert nichts. Wir haben noch kein Green Screen. Alles gut. Oh, ich lüge. Ist was? Nee, es wird auch kaputt. Kommt da was? Kurz hab ich ein bisschen gebammelt. Also, hier. Wir haben noch nichts. Da. Da. Ich hab nichts gemacht. Okay. Doch. Ich muss den schreiben. F11. Äh, doch. Blue Teams Inhibitor has been spawning soon. Okay. Game noch nicht vorbei. Äh, schweben noch nicht vorbei. Äh, das. Keine Tweets. Jetzt liest keine Tweets. Don't tweet. Ich, 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 ich. No way Twitter. No way Twitter. Ich schau. Ah, das ist aber auch ein Spoiler. Ah, weiß ich nicht, ob es schon. Aber ein schöner Spoiler. Wir schauen jetzt erstmal, was passiert. Boah, das ist ein guter Spoiler. Ah, das ist schon ein Hack-Hack-Hack-Hack-Hack-Spoiler. Ah, das ist, äh. Nee, sehe ich auch nichts. 2-2, Baby. Er hat's wirklich gespoilert. Ah, das ist gespoilert. Warum spottest du? Klass schon, no way moment. Deswegen braucht man Manager. Na, die auch mal drüber gucken. Ah, schick. Guck mal. Aber, okay, dann schauen wir uns mal an, wie NNO. Wie NNO gewinnt. Frankfurts unangespitzt. In die, in die, quasi in die Oder rammt. Na, damit sie nochmal den hessischen Bruder sich verwandeln. Okay, Max, ich hab ne Idee. Wir wissen jetzt, wie das Game ausgeht. Ja. Ich geh jetzt zum Spiehle. Gute Idee. Echt? Ja. Nimm mein Portemonnaie. Ich hab mein Portemonnaie. Sehr gut. Oh, shit. Leute. Oh, guck mal. Ah, ist aber nur eins. Die haben noch zwei Spiele. Ne, eins Spiele. Da können eins reichen. Aber brauchst du noch was. Leute, NNO, 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 NNO. Wir gewinnen. Oh, shit. Mein Card. Ah, hör doch auf. Geht doch weg. Ah, ah. Okay. Wir haben noch eins. Alles gut. Leute. Äh. Look at that. Leute, das Kabel will mich umbringen. Leute, seht ihr den Push. Seht ihr, wie die Menschen, das ist schon wieder einfach super Menschen, von NNO in der Lage sind, hier den Inhip zu pushen. Wenn ich das jetzt casten müsste, ohne zu wissen, was passiert, nehme ich das Herz raus und muss es so machen. Oh, oh. Oh, das macht das alles ohne. Ah, aber Ackere, Ackere, Ackere. Woher kommt das ganze Leben? Bitte, bitte die. So, es funktioniert. Der wird ja nochmal GA. Dröke ist jetzt down. Oh, der geht durch. Dröke, was macht der? Die Ult reicht nicht. Der Nächste ist frei. Der Nächste ist nackt. Er heißt ja auch Tolkien nicht. Ex-Tolkens. Alter, du hast fast gekotzt. Sind wir doch ehrlich? Oh, das stinkt auch wie Sau. Boah. Boah. Evakuieren. Also, Renata-Ult. Okay, also der Nächste. Ich greif mich an. Alter, ich muss schon sagen, dass das gespordert wurde. Tut mir weh, ne? Weil es ist ja absolut komplett ins Endescape. Ähm. So, 41. Minute. 22.14. Oh, das ist ein Teleport. Das ist ein Teleport mit einem Asie, der sehr viel Tech-Speed hat. Da kommt ein Counter-Teleport. Oh, mein Gott. Bab, 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 Charm. Tut weh. Oh, das tut nur weh. Alter, der ist einfach nur gedeleted worden. Also, hättest du mir irgendwer gesagt? Wurde er gehackt? Also, Imagine. Twitter-Hack. Imagine Nowhere hat getrollt. Oh. Dann, ne, nicht gut. Ich glaube, so. Dann renne ich hier aber nach München. Zu Fuß. Aber wie, wie, also, ich meine, wie. Ich meine, du musst die Gegner jetzt ja. Was muss jetzt passieren? Also, Karni läuft ja jetzt hin und sagt, bitte push nicht. Ich meine, haben wir noch, wir haben noch einen TP. Wir haben noch einen TP von Tolkien und ich sehe da einen Ward. Nein. Ich sehe da einen Ward. Aber verkauft der alles und geht fulle Tech-Speed? Nein. Was macht der? Leute, das ist so spannend. Das ist doch kein Ward. Das ist ein Totenkopf. Eventuell wär's passiert. Das ist ein Totenkopf. Ein Totenkopf. Kein Ward. Ja, aber jetzt. Oh, da wird noch ein Ward geblinkt. Da wird noch ein Ward geblinkt. Ja, ja, ich dachte. Aber der ist relativ an der Ecke der Base. Der ist an der Ecke der Base. Aber nach dem Teleport bist du überfährst. Oh, fuck. The fuck. So. Ah, das ist... Also, wenn man weiß, was passiert, dann ist das einfach schon... Final Destination. Es ist einfach schon nicht gut. Ah, ich finde es schon krass. Nee, ich finde es nicht gut. Wenn NoMetroll, Leute, wenn NoMetroll piss ich auf den Tisch. Okay. Leute, aber jetzt Liebe für NNO. Wir wollen sehen, was passiert. Oh, Agurin. Agurin hat 6000 AP. Karni, 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 Karni. Oh, Agurin. Der Vektor. An allen vorbei. Der Vektor. Der Vektor kommt kaputt. Jeder hat ihn kaputt. Er macht ihn. Er macht ihn. Es ist der Vektor, Vektor. Vektor, Vektor. Look at the machine. Oh. Und das wussten wir nicht. Niemand wusste es. Es war ja niemand. Spoiler. Niemand konnte es predikten. Ich gehe ja gar nicht. Unpredictable. Brilliant. Alter, imagine das Game ohne Spoiler. Und ohne 9 Minuten. Im Prinzip hat uns das deutsche Internet das Leben gerettet. Ja, also ich glaube, das hätten wir beide nicht überlebt. Nee. Wir sind ja auch schon, wir sind ja doppelt so alt wie die Spieler. Ja, wirklich. Und die Spieler sind ja schon doppelt so alt wie die. Ja, und nach uns kommen die Pyramiden. Ja. Es ist ganz schlimm. Maxim ist auch noch auf den T-Rex zur Schule geritten. Ja, wirklich so. Es ist einfach, boah. Boah, das ist doch schlimm. Okay, hier mach Mucke an. Das ist schön. Ja, ich auch. Alter, wir sind Mentor. Wir haben jetzt quasi noch Game 5 vor uns. Jetzt mach ich doch mal. 11-11 bricht mich. Okay, also wir haben, wir haben, nein, jetzt hör mal auf. Okay, ihr hört es ja eh nicht. Game 5 kommt jetzt. Ich will jetzt hier, das holt alles ran, was Hand und Fuß hat. Es geht um alles. Ab zum Späti. Ab zum Späti. Ich will jetzt hier, das holt alles. Vielen Dank.